so leute ab heute ab heute natürlich gibt es auf family life family prime heute hat family life offiziell geburtstag heute gibt das erste mal vor einem jahr genau weil wir sind die spieler das erste mal heute auf den server gejoint das heißt uns gibt es jetzt ein jahr lang und deswegen gibt es family prime kann man sich aktuell holen mit kleineren vorteilen ist aktuell im angebot für 40 euro und ja das ist das wie man den server unterstützen kann aktuell mit den modcast natürlich aber und jetzt kommen wir mal direkt zu der sache leute wir haben heute ich habe heute mit harley in call geführt mit unseren modern wir haben ja mehrere modder wir haben die staatsbank gebucht es gibt jetzt eine demnächst eine bearbeitete staatsbank also die staatsbank die er kennt mit neuen räumen mit hinterausgängen und ein paar überraschungen ich will nicht zu viel sagen ja fast 2000 euro zahlen wir dafür und dann haben wir noch was neues was wir machen wollen wir verändern wieder mal ein bisschen die karte wir löschen wieder ein paar gebäude raus und machen wieder was neues wir werden das md und das pd werden wir nebeneinander setzen und die kommen beide an einen neuen ort das wird ein neues pd werden mit neuen mlo drin das krankenhaus auch das krankenhaus kriegt ein komplett neues gebäude also was man noch nicht kennt für was ein typisches gta krankenhaus gewesen ist und dort kommt ebenfalls ein mlo rein genauso wie tiefgarage und so weiter und so fort das kostet fünfstellig also über 10.000 euro bezahlen wir dafür ist halt leider teuer das ganze wird auch gestreamt von den modern das könnt ihr dann auf twitch verfolgen ja dann könnt ihr auch mal sehen wie viel arbeit dahinter steckt und damit es danach nicht wieder heißt ich hätte es für zehn euro gemacht ja ja damit die ganzen dumm schwäzer nicht wieder behaupten das ist ja so kinderarbeit und das kann man in zwei stunden machen ja wie gesagt kostet natürlich viel geld aber wir reinvestieren ja das geld was wir durch den server auch einnehmen für diese sachen ansonsten bin ich euch auch ehrlich leute ist das nicht bezahlbar ich meine solche sachen wie auch eine hut ändern das hat auch noch kein server vorher gemacht 4500 euro dafür hinzublättern das geht halt nur durch die community am ende des tages wie und dank mir dank mir meine lieben freunde haben wir bei family premier sogar noch was dazu bekommen nämlich 20 prozent auf modded autos also das wäre genau natürlich muss jetzt der teo bisschen der geld leute nicht so viel plus wie ansonsten aber dennoch finde ich das gut gewinnen ist auch eine gute idee also kann man das family prime das will ich auch noch mal betonen das ist ja wirklich dazu da aber das dient eigentlich wir haben ja keinen spenden button bei uns ja und wir bieten dann halt lieber zum beispiel ein auto an oder sowas was die leute kaufen können und wir haben jetzt halt family prime rausgebracht da hat man zehn minuten warte nachbehandlungszeit statt 60 man bezahlt keine 15 dollar mehr im shop man hat alle modding kleidungen auf dem server und man bekommt halt einmal nicht dann hat die 10.000 dollar pro family prime geht 28 tage und jetzt kam noch hinzu dass halt ab dem ersten dritten jedes modded car wenn man family also wenn man beim mitglied ist bekommt man 20 prozent da billiger und es wird es wird es werden fahrzeuge kommen die nur prime mitglieder kaufen können ja und nicht normale spieler ja immer die sache ist einige schreiben konnte sind total widersprüchliche kommentare einer schreibt pay to win okay also erst einmal habe ich schon erst einmal ja einen kleinen vorteil hast du aber andere wiederum schreiben den feedback channel das ist aber viel zu teuer man hat gar keinen richtigen vorteil das preis leistungsverhältnis stimmt nicht ja das preis leistungsverhältnis soll ja auch gar nicht stimmen das soll man sich ja auch nicht nur deswegen holen weil man einen ingame vorteil hat sondern sagt cool dann krieg ich ein kleines extra noch zurück sondern ich will den server supporten das ist das worum es geht und nicht das ist aber viel zu wenig was wir bekommen für den preis ja dann holt es euch nicht ja also es ist ja auch niemand gezwungen das zu holen stellt euch vor ihr habt die freie wahl wir sind die dicht in nordkorea ja okay fast aber im ernst leute das ist also ihr müsst euch schon mal entscheiden was ihr da was ihr da für eine kritik geäußert ich habe auch kein problem damit das kritisieren an sich aber leute ich sage das noch mal ich wir reden hier von fünfstelligen beträgen die wir der community geben wie soll ich das bitte als einzelperson mit 3000 subs im monat bitte leisten sagt mir ehrlich ja also damit die story leute wir gehen das jetzt noch kurz durch und zwar der gute excel ist ja auf twitch entband worden was ich immer auch sehr gerne excel 95 kennst du ihn nicht guck jetzt also auch keine videos und so on stream weil das kannst du auch gewandt werden weil seine videos sind sehr oft hast der war auch auf youtube gebannt der auf twitch gebannt sehr sehr lange und ich wie gesagt ich kann ihm trotzdem auch dass er zurück ist jetzt egal was er da gesagt hat in seiner story ich finde nur die story und die art und weise schon wieder das ist meiner meinung nach keine richtige kritik ja ich finde das bisschen abwertend und was da so gesagt wird und auch teilweise unfair aber kann jeder sich selber jetzt ein bild von machen wir gehen mal kurz wie schreibt man denn ist ding diese windows excel mäßig oder ich hab ja das mit family plan gekündigt dann schreibt er jetzt folgenden kommentar also er ist nicht nur als spieler bei uns auf dem server aber es ist ja okay das zu kritisieren dennoch er sagt geld für ingame güter auf einem mp server ist schon schlimm genug keine ahnung wenn man damit schaden aber okay aber 50 euro ab und man bekommt in einem support von mehr glauben hahaha und bevor wir jetzt weitermachen gehen wir erst mal auf das ein ich habe eben edis gefragt kann man jemanden mehr glauben der einem geld spendet und edis seine antwort war ja das habe ich unabhängig gemacht bevor wir diese story gesehen haben es ist doch völlig normal dass wenn ein spieler auf family live zum beispiel zocken will der unbedingt zocken möchte und zum beispiel sich prime oder sich ein auto holt dass der spieler das interesse hat sich an das regelwerk zu halten ja es doch völlig normal dass ein spieler der geld ausgibt den server ja auch wahrscheinlich mehr supportet ja und ich verstehe nicht wo das problem ist das tun wir übrigens schon die ganze zeit so im übrigen glauben wir auch jeder hat kriegt auch jeder spieler das sage ich immer jeder kennt das ein frischer spieler bei uns hat erstmal keine glaubwürdigkeit ein spieler der schon länger da ist auch wenn er kein prime mitglied ist oder jemals was bezahlt hat bekommt trotzdem seine glaubwürdigkeit weil er schon viele spielstunden auf dem server verbracht hat wie sonst sollen wir denn überprüfen ob jemand da ist zum trollen oder nicht das geht ja nur so ja und dann sagt er weiter ganz ehrlich da kann mir niemand sagen dass das für server kosten ist das ist anders abnormale geldgeilheit modded cars für 100 euro schon schlimm genug das sagt er schon mal in dieser story also ich habe eben mal aufgelistet ich das ist halt excel hat halt keine ahnung von einem erfolgreichen server der so gestaltet ist wie unserer redet dann einfach drauf los ohne auch nur ansatzweise zu wissen um welche kosten es da geht oder was glaubt er denn was man verdient und was glaubt er denn was diese kosten sind die wir ausgeben ich habe die wagen gesehen die wenn ich 10.000 euro für md für pd bezahle dann bezahle ich da 2.000 euro dann bezahle ich natürlich gibt ich trotzdem ab und zu mal den defs ein bisschen geld die modded kleidungen bezahle ich geld so ich bezahl überall die ganzen skripte wird bezahle ich trotzdem geld was glaubt was glaubt der woher das kommt also schau mal die die leute sagen er hat ein bisschen recht also theoretisch du gibst ja auch zu dass du natürlich das geld also brauche mal die sache ist ja so ich kann ja nicht wissen wie viel ich am ende verdiene also ich habe erst mal ein konzept so und dann das konzept lautet wie kann man die kosten decken die man am ende hat natürlich läuft ein monat mal besser und dann macht man auch plus und dann freue ich mich darüber auch wenn weiß ich nicht man muss beim 500 euro mehr übrig als ich ausgegeben habe oder tausend oder weiß ich nicht was dann freue ich mich natürlich aber es ist wie mit dem streaming business es gibt ja auch mal schlechtere tage du hast ja nicht jeden monat deine gleiche sub zahlt irgendwann läuft es schlecht also musst du dein geld sparen und auf seite legen und so mache ich das halt auch bei dem projekt und nochmals ist es ja niemand verpflichtet auch nur irgendwas auszugeben und ich habe meine andere frage nennen wir mal bitte jemand ein computerspiel ja was heutzutage beliebt ist wo man kein geld ausgeben kann das ist ja was ich meine die freche zu besitzen dass er sagt es kann mir niemand erzählen dass das für server kosten ist obwohl meine kosten im fünfstelligen bereich teilweise liegen kommt mir dann und dann habe ich noch einen entwickler den ich den ich dick vierstellig bezahle okay und dann kommt mir so einer um die ecke und will mir sagen du hast keine kosten ja rechnet euch doch mal aus könnt ihr könnt kann jemand rechnen kann jemand plus 5000 euro rechnen kann jemand plus 2000 euro rechnen kann jemand plus 1000 euro rechnen schafft das jemand wie gesagt es ist auch völlig okay wenn man es an sich kritisiert ich finde es aber nicht korrekt wie es geschrieben ist und wenn man sich wenn man sich das recht rausnimmt zu behaupten dass man dass man davon redet dass man wüsste wie viele kosten man bezahlt von jemandem der versucht hat einen erfolgreichen server aufzubauen und es nicht geschafft hat das ist einfach nur dreist das ist für mich neidisch nein also guck mal nochmals die kritik selber dass man sagt ich finde das zu hoch ich finde das nicht cool wenn man sowas verkauft ist nicht meine welt finde ich in ordnung ich finde es aber nicht gut sich darüber zu stellen und es besser zu wissen obwohl man es nicht besser weiß ja und die zweite story dann geht das hier halt weiter aber ist jetzt schreiben die ganzen fanboys ist doch für server kosten kann das auch machen kann doch machen was er will dies dass jeder rp server der ingame güter für echt geld anbietet ist kein rp server also excel will mir gerade sagen dass nur weil es kleine vorteile gibt oder kleine sachen die man holen kann seien wir kein roleplay server damit kann ich leben das ist mir eigentlich schwanz okay ich bin zufrieden mit dem rp auf unserem rp server ich bezeichne unsere server trotzdem als rp server ist mir egal ja dann sagt er die leute sollen die fresse halten jeder kann sein kann sein geld machen gönne ich jedem aber der weg ist entscheidend verkauft doch keine gratis modded cars von gta 5 mods für drei monate taschengeld verkauft keine schmutz abos mit denen man im support mehr glauben bekommt oder im rp nur zehn minuten statt 60 im krankenhaus bleiben muss macht euer ding gerade und nicht so ekelhaft früh sagt er oder was ist ja richtig ist das ist ja richtiges problem mit dir ja dabei habe ich mich eigentlich die ganze zeit unterstützt ich verstehe gar nicht sein problem also wer kann es ja auch kritisieren ich habe ihm die ganze zeit geholfen wenn es um seinen twitch band ging der war gebannt niemand wollte was mit ihm zu tun haben wurde ausgegrenzt er er wurde keine ahnung was ich habe ihm versucht zu helfen ich habe ihm ratschläge gegeben was seine wasser ich gönne ihm auch nach wie vor dass er zurück jetzt endlich ist oft wird es hat niemand verdient diese ausgrenzung durch twitch und so aber ich finde das nicht cool ich finde dass er tut so ein auf ich verkaufe drogen ja ich fühle ich fühle mich wenn ich das lese ich komme vor als würde ich irgendwie koks an minderjährige verkaufen was ja gut oder wie gesagt ja du musst du musst du musst immer mit bisschen dingen rechnen ich will sagen ich will auch noch mal wie viel der arme sparta schon an kritik bekommen hat auch hundertmal zu unrecht sage ich auch jedes mal dass er zu unrecht kritik bekommt und das jetzt nicht wegen diesen modded cast alleine sondern auch generell die leute heulen immer rum immer wird rum geheult ja keine ahnung statt dass die leute einfach mal ihr eigenes ding machen oder das besser machen wenn sie denken sie könnten es ja besser dann macht doch mal alle dann zeigt mir mal wo ihre eure freute welcher echte stellt euch mal vor ihr seid vollzeitentwickler im echten leben anwendungs- und softwareentwickler ihr kommt nach acht stunden von der arbeit und dann sollte ihr für irgendwelche streamer auch noch acht stunden arbeiten for free extra schon wieder alles gemacht ja habe ich gerade gesehen leute das also es ist gerade wieder über über diese stream also zwei drei sache zeig mal zeig mal warte oder excel bruder lass mal ab oder excel er hat hier so eine story gemacht von das was man hat er mich erwähnt ja er hat dich erwähnt er macht einen support fall wird euch knifflige glauben logischerweise ebenso habt ihr die möglichkeit wenn ihr euch unverband ist ja okay gang und gäbe vorwort ist okay ja guck mal die sache ist so ich sehe das so wenn jemand geld supportet auch ja und jemand denkt da ist irgendwas im busch oder sonstiges jemand hat schon so viel geld bezahlt ja um dann kann ich den jungen doch auch eine zweite chance geben dass ein antraten mal kurz über den fall drüber guckt bei einer kniffligen situation steht ja auch da das steht nicht du hast du kannst machen was du willst da steht wenn ihr euch wenn eine situation ist wo der support jetzt nicht weiß eigentlich bannen wir das weil wir wissen es ist ja uns zu sketchy zum beispiel oder solche spieler waren wir eigentlich zur sicherheit eigentlich wir machen ja viele sicherheitsbands das würde dann zum beispiel entfallen warum soll ich denn denjenigen ins gesicht spucken der den server supportet und deswegen ist es für mich logisch dass wir den leuten da die chance geben genauso wie einem spieler der nicht donatet aber schon lange auf dem server spielt das ist für mich dasselbe ja genauso wie einer wenn eine abo in also wenn eine abo ist im ding twitch hier dann ist man ja auch noch mal ein bisschen sagt man ey bruder er ist schon ein jahres abo bei uns und so dann geben wir noch mal eine chance bei bahn und so ist ja ist auch klar einer schreibt er sollte doch aber immer jeder gleichbehandelt werden nein bei uns nicht guck mal ich erkläre dir das nein ja ich erkläre das mal ganz offen bei uns nicht guck mal du willst auf meinem server spielen dann musst du dafür sorgen dass wir dir vertrauen können und wenn du das nicht mitbringst dann bist du weg und jemand der lange auf dem server spielt den da komm mal ich erkläre das doch du hast recht aber jemanden genauso zu behandeln der neue ist wie jemand der schon lange auf dem server spielt das wäre unfair denn dann würde man gar nicht prüfen dass jemand schon die ganze zeit da ist genauso wie man nicht prüfen würde dass jemand den server unterstützt das wäre ungleich das ist nicht gleich wenn ich den einen frischen spieler mit einem edis auf dieselbe stufe setzte das wäre es nicht doch